Sven, heile dich! Und nimm das zweite Medikit mit Ich werd grad geheilt Ist ja ein netter Mann Danke! Nimm dir trotzdem noch eins Schrotflinte, da war ne Waffe Da war ne Axt Handfeuerwaffe Hör mir nach Was macht die denn schon wieder? Hier steht ein Tipp Hier steht ein Tipp Follows den Track Ja, folge den Schienen Ach Seht kein Schienen Wollen wir? Ne, los! Abgang Die Gleise müssen gleich da unten sein Die Gleise müssen gleich da unten sein Wie sieht's aus? Soll die das jetzt mit der Tür? Ich Gleise 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 Wir werden uns Gleise verhalten Wieso? Nehmen wir links oder rechts? Gleise Gleise Das ist da vorne Was ist das? Gleise Ich bin Boomer irgendwo Wo denn? Hinter dir Hinter dir Da unten ist ein Boomer nur Ja, sag ich ja Rennen, rennen, rennen Hier gurgelt's schon wieder Das bist du, um dein Mikro Rennen Müssen wir hier rüber, oder was? Runter Denk ich mal, oder? Ja, sieht so aus Ja, weil ich dachte hier, weil es hier rüber geht Ach, wir gehen hier runter Ja, klasse, irgendjemand hat mich runtergeschubst Ist doch gut so, du musst eh runter Nein, das ist echt nicht drin D.C. Hier sind Waffen Waffe Hier, eine Doppelwaffe Oh, wer war das? Das war halt keine Absicht Äh, hier sind Pillen Rein, Tür zu Habt ihr die Pillen mitgenommen? Not enough Not enough Not enough Dude Oh, nein Is that not enough? Ab in die Ecke! Da passt er durch die Tür! Der geht auf Louis, der geht auf Louis! Bleib links, bleib links! Der läuft dringend! Der ist weg! Der ist tot! Louis ist... Hier gibt's irgendwo ne Tür wo Louis dran ist. Hey, ist keine Tür, da wurde doch gezüngelt. Achso, ich muss mich mal heilen. Gibt's ihn. Zeitverschwendung. Ich dachte der wär tot gewesen. Ja, wenn er weiter so in den Giftkasten bleibt, ja. Ist hier jemand? Müssen wir nie hoch? Was gibt's denn da? Nimm dir eine. Ich glaub von hier oben brauchen wir gar nicht erst lang eigentlich. Sicher? Ja. Hast du ihn mitgenommen? Ja, ich hab er selber. Gut, dann nehm ich ihn mir. Wir hätten ne Bratfalle. Nee, also hier müssen wir wieder raus. Hier ist ein Spucker. Ich komme, ich komme. Ja. Granate! Warte mal kurz. Habs Granate an Ginko ran! Warte mal, hier! Bist du an mich? Hier! Ich bin ja mal zu dir! Gibt's hier irgendwo was? Wo ich hier hinschmeißen kann? Nö, aber ich denke wir sind sowieso runter. Warte! Warte! Ich nehm die mal mit! Wah? Verdammt, das tat weh! Warte! Dann mal runter! Der kommt doch grad von unten! Blödsinn, wir laufen weiter einfach! Beschütz mich, ich hab die Bombe! Die wollte nicht so! Habs gemerkt! Weil mal hier so ein lustiger Geselle. Ja, das ist doch so ein Jockey in Ohr, oder? Könnt das sein? Ja, da kommt links! Ginko links! Was sagst du? Nix! Nein! Irgendein Charakter hat was gesagt! Oh, 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 oh! Charger! Jetzt verarsch sie dich erstmal! Zungen-Typ wieder, ja! Hier, nimm das! So. Ja? Links oder rechts? Ja! Geh mal da lang, kurz! Ich mach mal hier die Tür zu, dass die so viele Viecher in Dauern kommen. Ja, ich nehme die Bombe mit. Ja, nimm mit, was du willst. Da geht's nach. Huch. Oh, was war das? Au. Hier ist irgendwo eine Witch. Luis, kommst du klar? Weißt du was? Hey, kommt ja nie. Mensch, Luis, sag doch mal was. Was? Du bist hier, Luis. Hier ist ein Molly. Lichter aus. Oh ja, die ist genau, warte. Ich komme nie lang, jetzt. Nee, da war ich vorsichtig, da ist sie. Sven, du hast eh das wenigste Leben. Sven, du hast eh das wenigste Leben. Dich können wir wieder hochheilen. Dich können wir ja wieder hochheilen. Ich kümmere mich mal drum. Die Pause ist vorbei. Steh auf und zurück an die Arbeit. Ja, genau. Pause ist vorbei, hast du gehört? Oh ja. Hier brummt es doch schon wieder. Oben, oben, oben. So, und hopsa. Was? Was ist das jetzt? Ach, du Scheiße. Oh Gott, ich bin hinten. Wo gibt's Waffen? Lass los, Lee. Dann nimm mal deinem nächsten Schutzraum mit. Ach, zieh den hoch. Na gut. Ich höre dir gern, aber du bist echt in schlechte Verfassung. Ohne erste Hilfe überlebst du nicht mehr lange. Solange der schießen kann, ist doch gut. Ich glaube, ich überlebe das nicht. Hier gibt's Waffen. Aber, ja, mag er sein, aber trotzdem. Lade nach. Lade nach. Hey, hör schon auf. Nicht schlecht. Hey, pass doch auf, verdammt. Wir müssen die Leute auf. Wie geht's? Loll die Treppe hoch. Wie bitte? Loll die Treppe hoch. Ich weiß jetzt. Lade nach. Wurde dringend einen Arzt. Lade nach. Lade nach. Ich steck hinter dir. Hier, Handfeuer, Waffen und Schutzraum. Oder? Ja. Ich hab einen Schutzraum gefunden. Komm rein, Louis. Machst du gemütlich. Machst du gemütlich? Das hilft. H difí. Machst du gemütlich. Vielen Dank.